Süßes sonst gibt's Corona? Das möchte Familie Lauinger natürlich verhindern. Ihre traditionelle Halloween-Party wollen sie sich von der Pandemie aber auch nicht verderben lassen. Schon Tage vor dem Fest, am 31. Oktober, steht deshalb das eigens entwickelte Hygienekonzept. Inklusive Einbahnstraßensystem und kontaktfreier Süßigkeitenübergabe. Wir können dann mit einer Schranke den Zutritt zu dem Süßigkeiten-Netz kontrollieren. So kann jeder seinen Handschuhe bzw. seine Händchen mit Süßigkeiten einzeln abholen. An Halloween ziehen Kinder verkleidet von Haus zu Haus und sammeln Süßigkeiten. Auch immer mehr Erwachsene finden Gefallen an Gruselpartys. Ein schaurig schönes Fest also, aber leider auch für ein hoch ansteckendes Virus. In Bayern hat Gesundheitsministerin Melanie Huml von der CSU bereits dazu aufgerufen, dieses Jahr auf klassische Halloween-Bräuche zu verzichten. Was also tun, wenn man auch in Zeiten von Corona auf seine Gruselkosten kommen möchte? Experten haben da leider eine klare Meinung, zumindest was die traditionelle Süßigkeitenjagd angeht. In der Regel sind das ja Gruppen von vier, fünf bis zu zehn Kindern, die dann von Haustür zu Haustür ziehen und da wieder auf Menschen treffen. Das ist ja mehr als töricht. Halloween fällt einfach aus, da ist nicht viel zu feiern, es sei denn, man macht es für sich zu Hause. Also, liebe Horrorclowns, Zombies und Hexen, besser das heimische Wohnzimmer dekorieren und zu Hause bleiben. Das Gruseligste am diesjährigen Halloween wird nämlich leider Corona sein. Das Gruseligste am vedtrenden CC ja – 뛰 siete Ahabend. Das Gruseligste am Dreiio41st sigu've minded. Das Gruseligste am Dreionym. Vielen Dank.